Ja, eigentlich sehr ähnlich, muss ich sagen. Wir haben in der ersten Halbzeit sicherlich mehr Möglichkeiten gehabt, als dann in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein bisschen mehr Freiräume, Möglichkeiten, Räume zu nutzen, gute Konterschancen. In der zweiten Halbzeit sind wir schon arg in Bedrängnis geraten, starke Leverkusen da, sehr beweglich, sehr agil, dann auf dem Weg nach vorne, schon am Ende der ersten Halbzeit, mit guten Chancen. Ja, es gab auf beiden Seiten gute Möglichkeiten. Das Spiel stand eigentlich wie in der letzten Woche permanent auf der Kippe. Heute haben wir das glückliche Ende für uns gehabt. Sicherlich ein Sieg des Willens, sicherlich ein Sieg. Tolles Gefühl für die Mannschaft, super für die Fans und ich glaube auch, dass die ganze Stadt diesen Sieg unbedingt gewollt hat und auch verdient hat, weil sie uns ja permanent jeden Tag in irgendeiner Weise unterstützen. Die Stadt lebt, die Mannschaft lebt und das war heute das Produkt daraus. Und wir sollten uns jetzt nicht zurücklehnen, sondern ganz im Gegenteil kurz den 15. Platz genießen bis 17.15 Uhr morgen und dann uns konzentrieren auf die Partie in Hannover, wo wir diese Punkte dann auch von heute vergolden müssen. Ich war eigentlich, weil ich den René jetzt ja auch ein bisschen kennengelernt habe, ganz sicher, dass er der Mannschaft noch helfen würde. Und ich finde, dass der René ja im Anschluss an diesen Fehler nach dem Flatterball, war auch ein toller Schuss übrigens, aber das passiert dem René ja normalerweise nicht, aber er hat danach ja eine irre Qualität gezeigt. So zurückzukommen, so wichtige Bälle zu halten, so eine Ruhe auszustrahlen, das finde ich, ist eine besondere Qualität von ihm. Und er hat uns heute ja diese drei Punkte auch dann am Ende festgehalten. Ja, auch wenn man alle zusammennimmt natürlich. Wir haben ja alle defensiv sehr gut gearbeitet. Für den Heiko freut es mich natürlich, freut es mich ganz besonders, weil er ja immer wieder auch, sagen wir mal, so leicht die Kritik aufgekommen ist an seiner Person mitunter. Und ich finde, dass er sich heute durchgebissen hat. Er hat in der Halbzeitpause schon Schwierigkeiten. Wir haben schon über einen Wechsel nachdenken müssen und habe gesagt, Heiko beiß dich durch. Das wird sich lohnen vielleicht am Ende. Und es hat sich für ihn gelohnt. Deswegen kann ich nur sagen, dieser ganze Wille, den wir heute auf dem Platz brauchten, diese Hingabe in diesem Spiel, das war notwendig gegen die technisch starken und läuferisch starken Leverkusener. Die hat der Heiko dann am Ende nochmal reingelegt bei der Flanke von Dennis. Und tolles Tor und natürlich für uns ja ein Riesenerfolg. Ja, natürlich ist es hier in Hamburg sehr, sehr emotional. Ja, weil es ist ja ein Höllenlärm, der hier stattfindet. Deswegen ist es sehr speziell, sehr besonders. Aber auch der Sieg gegen Dortmund und alle anderen Punkte, die wir wollen, sind enorm wichtig, um unsere Position zu verbessern. Und es hört nicht auf. Wir müssen weitermachen. Wie gesagt, nicht zurücklehnen, sondern der Blick, der Fokus sollte auf das nächste Spiel gehen und wir müssen weiterkämpfen. Und wir haben ja heute gesehen, ja, der Kampf, dem Kampf folgt natürlich auch immer hier und da mal eine Verletzung. Wir haben heute dreimal, ja, verletzungsbedingt auswechseln müssen. Und ich hoffe, dass es bei allen drei nicht so dramatisch ist. Bei Milan habe ich eigentlich ein bisschen Bedenken. Aber auch das gehört dazu im Abstiegskampf. Da befinden wir uns mittendrin und da muss man dann leider auch hier und da mal Federn lassen. Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Also ich denke, dass es bei Milan sicherlich eine Muskelverletzung ist. Er hat ja bei dem Schuss mit links ein Problem am Standbein gehabt. Ob das jetzt was Dramatisches ist, kann ich nicht sagen. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, es ist eher schlimmer. Beim Raphael, der hat sich rechtzeitig gemeldet. Ich habe die Hoffnung, dass es alles okay ist, wenn wir jetzt eben ein bisschen Pause gönnen. Und auch bei Jacques war es so, dass er es vielleicht rechtzeitig gemerkt hat, dass es nicht so schlimm ist. Aber alle drei hatten zumindest muskuläre Schwierigkeiten und da ist jetzt unsere sehr gute medizinische Abteilung gefordert.